Herr Lichter, darf ich fragen, wer die Dame ist, die Sie begleitet? Das ist meine Frau. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Wir sind nicht verheiratet. Ist doch nicht Ihre Frau. Nein, ich will Sie heiraten. Aber die Dame ist sich nicht sicher. Ich hab sie noch nicht gefragt. Warum hab ich mir eigentlich damals den Paul nicht angehört? Willst du einen haben? Nee. Ich würde mir das Herz brechen, wenn ihr beide nicht mehr zusammengehört. Ich hab gehört, ihr müsst das Bett weggetragen werden. Macht da nicht so ein Theater jetzt? Ich kenne Theater, das ist einer meiner besten Kunden, die ich mir gemacht habe. Wieso musst du jetzt so eine Show draus machen? Ich kann auch mit so einer Fresse wie du da stehen, aber ich weiß nicht, ob das mehr bringt. Kennst du das, dass du manchmal einen fremden Mann anguckst und das komisch findest, wie er redet oder was er sagt und nach einer Weile fällt dir auf, dass es dein Mann ist? Lächelst du so? Was ist denn jetzt mit meinem Lächeln? Ich frage ihn, lächelst du immer so? Du weißt doch, wie ich lächle. Sieht so aufgesetzt aus. Warum lieb ich dich nicht mehr? Lieb ich viel noch. Warst du immer lustig? Nee. Dein Humor, der war einfach nur sehr einfach. Und kürzlich wird alles klar und macht endlich Sinn für dich. Und die Erde wird, wird der schönste Platz im All. Und die Erde wird, wird der schönste Platz im All. Du hast da gerade gelacht, ne? Ja, wie machst du immer richtig lustig? Und die Erde wird, wird der schönste Platz im All.